Wow, meine Jungs würden sagen, kannst du dir nicht ausdenken. Da lade ich ein Video hoch, fahre in Urlaub und die Zahl der Mitreisenden steigt rasant in die Höhe. Und ich freue mich tierisch über so viel Interesse, über alte, bekannte, neue Gesichter, zufällig dazugestoßene und eure Geschichten in den Kommentaren und das positive Feedback. Außerdem auch über eure Genesungswünsche, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat mich Corona nach nun fast zwei Jahren doch mal heimgesucht und hat auf jeden Fall auch meine Stimme flachgelegt. Aber heute war es endlich soweit, ich konnte das neue Video vertonen und morgen geht es dann auf die Reise.